So viel zur ersten Musikeinlage in dieser Sendung und wir schließen gleich nahtlos an allerdings mit einer Frage, die sich so glaube ich auf einem Schiff aus dem Oman nicht stellt, denn da ist Alkohol üblicherweise verboten. What shall we do with a drunk concealer? Klar, kennen Sie alle. Ich würde die Frage damit beantworten, dass ich sagen würde, ich würde meinen Rausch hier zum Beispiel ausschlafen, so an der frischen Luft, am Wasser, ganz wunderbar gelegen und auch sehr bequem. Und eine Frage, die sich nun für uns auch noch einmal stellt, der Chor aus Bremen Sensation, in vierstimmiger Lage sogar. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 With a drunken sailor, what shall we do? With a drunken sailor, hurl I in the morning. Way hay lup, she rises her like in the morning. Way hay lup, way hay lup, she rises her like in the morning. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020